Jeder Mord fordert mehr als ein Opfer. Es sind stets viele Menschen, die mit ins Verderben gerissen wurden. Menschen, die dann ebenfalls zu Opfern wurden. Am 28. Januar ab 20.15 Uhr stelle ich mich in einem Online-Talk Ihren Fragen, zusammen mit Prof. Dr. Eisenmenger vom Institut für Rechtsmedizin. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.